Moin Moin und herzlich willkommen zum TIWS! In diesem Video möchte ich euch ausnahmsweise mal nicht zeigen, wie ihr ein Geländestück bastelt oder eine Miniatur bemalt. Stattdessen will ich für euch in den folgenden Minuten zusammenfassen, wie YouTube hinter den Kulissen funktioniert und warum manche Videos und Kanäle mehr Klicks erzielen als andere – und wie man all das als Zuschauer eigentlich beeinflusst. Denn als Admin der deutschen Facebook-Gruppe uCrowd, in der zahlreiche Tabletop-Youtuber ihre neuen Videos posten, wird immer wieder die Frage gestellt, wie kann ich mit meinen Videos mehr Zuschauer erreichen? Hierzu gibt's natürlich schon unzählige Tipps, die ich jetzt nicht nochmals aufwärmen möchte. Stattdessen möchte ich die Frage von einem ganz anderen Standpunkt aus angehen. Denn für diese TWS-Serie beschäftige ich mich schon seit über einem Dreivierteljahr mit allem rund um die YouTube-Suchmaschinenoptimierung, dem YouTube-Algorithmus und externen YouTube-Tools. Mein wichtigster Tipp lautet daher für jeden YouTuber, unbedingt und im Detail zu verstehen, wie YouTube funktioniert. Denn nur wenn man wirklich begreift, wie YouTube als zweitgrößte Suchmaschine der Welt arbeitet, hat man eine Chance auf dieser Plattform aufzufallen und die eigenen Videos durchstarten zu lassen. Also, wie funktioniert YouTube? YouTube ist es in erster Linie wichtig, dass die Zuschauer möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen und sich idealerweise ein Video nach dem anderen reinziehen, hierbei die eingeblendete Werbung konsumieren, ein Premium-Abo abschließen oder über andere Wege für Umsatz sorgen. All dies gelingt YouTube aber nur, indem die Plattform ihre Nutzer kennenlernt. Nicht unbedingt persönlich natürlich, vielmehr legt YouTube für jeden Zuschauer ein persönliches Profil über das entsprechende YouTube- bzw. Google-Konto an. Darin speichert YouTube beispielsweise, welche Videos ein Zuschauer guckt und auch wie lange. Wird ein Kommentar geschrieben, wird ein Like gegeben – all das merkt sich YouTube. Und warum all das? Etwa für Werbekunden? Ja, aber auch um dem Zuschauer ganz gezielt weitere Videos vorschlagen zu können, die diesem Zuschauer gefallen oder für diesen von Interesse sein könnten. Denn durch das Speichern und Analysieren dieser Nutzerdaten, weiß YouTube irgendwann nicht nur von Dir, welche Tabletop-Systeme Dich interessieren, sondern z.B. auch, welche Musik Du gerne hörst, welche Filmgenres Du magst, ob Dich Kochen oder Gartenarbeit interessiert, auf welche Comedy-Stars Du stehst und 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 und. Ok, das ist jetzt nicht wirklich neu, dass YouTube bzw. Google persönliche Benutzerprofile anlegt. Aber es ist die Voraussetzung, damit YouTube aus all den Milliarden von Clips genau die Videos herauspicken kann, die Dich als Zuschauer interessieren. Um seinen YouTubern also stets die optimalen Videos vorzuschlagen, analysiert YouTube jedes hochgeladene Video. Hierbei versucht YouTube unter anderem die Themen und Inhalte eines jeden Videos so präzise wie möglich zu erfassen. Diese und auch einige weitere Daten fließen dann in den sogenannten YouTube-Algorithmus ein und bestimmen damit unterm Strich die Wichtigkeit eines Videos, seine Relevanz. Ein Beispiel, ich lade ein 5-minütiges Video hoch und nenne es, so backst Du den leckersten Schokokuchen der Welt. Damit drücke ich dann auch direkt den Mehrwert aus, den der Zuschauer mit diesem Video erhält. Nicht irgendein Schokokuchen wird gebacken, sondern der leckerste. Das klar strukturierte Vorschaubild zeigt entsprechend einen appetitlichen Schokokuchen – und auch in der Videobeschreibung passe ich ebenfalls kurz zusammen, dass es in dem Video ums Backen leckerer Schokokuchen geht. Außerdem ergänze ich passende Schlagworte unter dem Video, die mit Schokokuchen, Backen usw. zu tun haben. Und natürlich geht's in dem Video auch tatsächlich ums Zubereiten eines Schokokuchens. Denn ja, auch das erkennt YouTube. Wirklich kein Scherz, noch bevor auch nur ein Zuschauer ein hochgeladenes Video ansehen kann, hat YouTube erst per Video-Erkennungssoftware gescannt und sämtliche Inhalte samt möglicher Textanblendungen so gut es geht analysiert. Schon deshalb, um Gewalt und Sexdarstellung direkt unterbinden zu können. Bis jetzt könnte man also zu meinem Video sagen, ich habe alles richtig gemacht, denn Video, Titelzeile, Vorschaubild, Videobeschreibung und Schlagworte sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mein Video müsste daher von YouTube natürlich als relevant und wichtig eingestuft werden. Und nehmen wir mal an, es ist so und das Schokokuchen-Video landet bei vielen Backfans in der Vorschauleiste. Jetzt entscheiden aber genau diese Zuschauer, ob mein Schokokuchen-Video hält, was YouTube sich davon verspricht. Wie lang wird also das Video durchschnittlich geschaut? Wie viele Likes und Kommentare bekommt es? Werden danach interessiert weitere YouTube-Videos geguckt oder verlassen die Zuschauer etwa wegen meines Videos Gelangweilt die Plattform? Entsprechend all dieser Reaktionen erhöht oder verringert sich im YouTube-Algorithmus die Relevanz meines Schokokuchen-Videos. Im besten Fall landet es auf den Startseiten vieler Zuschauer und wird am Ende millionenfach angezeigt. Im ungünstigsten Fall fällt das Video aber aus sämtlichen Vorschaulisten von selbst eingefleischten Schokokuchen-Fans heraus. So, ich hoffe, Ihr habt bei diesem Beispiel nicht nur Hunger auf Schokokuchen bekommen, sondern auch zwei Dinge mitgenommen. YouTube will wissen und verstehen, welche Videos jeder Zuschauer hochlädt. Hierzu werden Titelzeile, Vorschaubild, Videobeschreibung, Schlagworte und das Video selbst von YouTube analysiert. Je mehr Übereinstimmung YouTube dabei feststellt, umso besser kann YouTube das Video einstufen und es seinen Zuschauern gezielt vorschlagen. Danach entscheiden aber die Zuschauer mit ihrem Sehverhalten und bestätigen oder widerlegen die Einstufung von YouTube. All das zusammengenommen bestimmt, wie oft das Video künftig in Vorschaulisten und in den YouTube-Suchanfragen auftaucht. Und sogar auf Google. Natürlich haben es neue oder kleine YouTube-Kanäle hierbei schwerer als große. Einfach, weil YouTube diese kleineren Kanäle meist noch nicht so gut kennt, analysiert und Einstufung vorgenommen hat. Aber auch da lässt sich mit guten Titelzeilen, Vorschaubildern, Videobeschreibungen und ausgefeilten Schlagworten schnell darauf hinarbeiten. Jedem, der sich jetzt intensiver mit diesem umfangreichen Thema beschäftigen möchte, empfehle ich den deutschsprachigen Kanal So geht YouTube von Jan Fassbender. Dort findet Ihr aktuell schon über 400 Videos mit jeder Menge Tipps, wie man den eigenen YouTube-Kanal erfolgreicher gestalten kann. Meine 5 persönlichen Tipps für Euch zum Anschauen wären die folgenden Clips. 7 Dinge, die Du in Deinem ersten Jahr auf YouTube tun solltest YouTube-Videos richtig hochladen Als kleiner YouTuber gefunden werden Keyword-Recherche mit TubeBuddy 5 Tipps für den YouTube-Erfolg im Jahr 2020 All diese Videos habe ich oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Anschauen und Infos tanken, wir sehen uns dann nächsten Freitag, bis dann!